Ich bin Jan Herweck-Kaubrich und ich helfe vielbeschäftigten Männern dabei nachhaltig abzunehmen und sich ihre Gesundheit zurückzuholen. Ich selbst war in einer von Ärzten attestierten Notsituation, aus der ich mich laut deren Voraussagen nicht mehr hätte befreien können. Ich hatte Typ 2 Diabetes, musste täglich fünf Medikamente einnehmen und Insulinspritzen. Dennoch habe ich es erfolgreich geschafft, über 60 Kilo Gewicht abzubauen, meinen Typ 2 Diabetes rückabzuwickeln. Ich lebe heute völlig ohne Medikamente. Aus diesem fast 20-jährigen Erfahrungsweg habe ich die wichtigsten Erkenntnisse herausdestilliert, diese verdichtet in eine Methode gegossen, mit der auch du es schaffen kannst, endlich schlank und gesund zu werden und durch das Anti-Jojo-Konzept auch zu bleiben. Du lernst, wie der menschliche und vor allem auch der männliche Körper wirklich funktioniert und wie du den Teufelskreis, in dem du steckst, stoppen kannst. Du lernst die Macht der Hormone kennen, denn nicht Kalorien oder Disziplin oder Sport oder Faulheit sind deine Probleme, sondern eine hormonelle Schieflage, die deinen Körper in einem Speichermodus hält. Du brauchst einen Mentor, der den Weg, den du gehen willst, schon gegangen ist. Du brauchst jemanden, der da ist, wo du mal sein willst, der alle Täler für dich bereits durchwandert hat, in allen Sackgassen gestanden hat, quasi alle Fehler für dich schon gemacht hat, damit du zielsicher die Abkürzung nehmen kannst. Und du brauchst mutige Gefährten, die dich auf deine Reise unterstützen und begleiten. Denn Abnehmen ist Teamsport. Ich habe gemerkt, dass ich nicht alleine mit dem Problem bin. Es läuft wunderbar. Also nach nur acht Wochen sind elf Kilo weg. Also zum einen 20 Kilo verloren. Ich konnte mein Gewicht nachhaltig drei Jahre halten. Weniger Gelenkschmerzen, Gelenkprobleme und da steigt natürlich auch die Motivation. Die gute Laune kommt zurück. Ich brauche keine Medikamente mehr und auch meine gesamte Denkweise hat sich vollkommen verändert. Wenn auch du eine solche Transformation willst, wenn du keinen Bock mehr hast auf erneutes Scheitern, wenn du keinen Bock mehr hast auf Jojo-Effekte, sondern mehr Energie haben willst, gesund sein willst, voll abgehen willst, Bauch weg, in deine alten Klamotten wieder reinpassen möchtest, dann melde dich bitte bei mir. Du kannst dich hier irgendwo einen Button oder einen Link geben, auf den kannst du klicken und dann kannst du dich bei mir für ein kostenloses Erstgespräch eintragen, wo wir beide mal genau auf deine Situation drauf schauen, was wir genau bei dir verändern können, damit du auch solche Ergebnisse erzielst, wie ich die erzielen konnte und viele andere Männer auch. Ich freue mich auf dich. Bis dahin, dein Jan.